Funkgeräte, Uniformen, das C4, Tauchausrüstung, Klettergurte, Seile und ein Safe-Knacker-Roboter. Dann geht's los, ja? Ganz genau. Ab nach Miami. Halt! Wir müssen die Bude richtig aufräumen. Wir dürfen nichts Belastendes zurücklassen. Okay. Dann räum ich mal an der Tür auf. Was zum Teufel ist das denn? Scheiße, du könntest dich von mir verstecken. Ich hab dir alles beigebracht. Scheiße. Alles cool bei dir, Nick? Verdammt, knall das Schwein ab. Oh, Ladehemmung. So ein Pech aber auch. Oh, tschüss, Nicky. Nick! Scheiße, Kai. Ja, sorry. Das ist aus. Geh doch ran und sag hallo. Und zack auf die Mailbox. Was machst du da? Tja, Doris will bestimmt ein Update. Jetzt kriegt er eins. Okay, Tyson, wo steckst du? Er müsste längst wieder draußen sein. Er ist seit über einer Stunde drin. Der hat sich doch verirrt. Auf der Tür zum Tank ist ein Schild. So schwer ist es nicht. Hi, Leute. Sorry, hab mich verlaufen. Wo bleibst du denn? Der Wassertank war ein Klacks, aber der Ablauf, das war schwierig. Hier gibt's mehr Rohre als einer Kirchenorgel. Hey, Tyson, bleib von den Kameras weg. Locker bleiben. Alles, was die sehen, ist ein Fensterputzer. Mach das allklar. Wir legen los. Ab sofort minimaler Funkkontakt. Yep. Mann, ein furchteinflößenderes Haus hätte sich Doris nicht aussuchen können. Sei froh, dass er da drin ist. Sonst wird's nicht klappen. Moment, haben hier alle Wolkenkratzer einen Wassertank auf dem Dach? Das wurde so gebaut, weil das hier eine Hurricane-Zone ist. Oh Mann, mit seinen biometrischen Aufzügen und dem kugelsicheren Glas fühlt sich Doris bestimmt total unantastbar. Wird sich gleich aufstellen. Los jetzt. Tyson wirft gleich das Seil ab. Da ist der Fan. Moment, Sekunde. Los, wir haben's eilig, Boomer. Nur eins noch. Seid ihr euch eigentlich wirklich sicher? Ein bisschen spät, oder? Ich mein ja nur, wenn mir gleich eine Million Gallonen Wasser auf die Birne knallen würde... 200.000. Oder 200.000 Gallonen, dann würde ich sicherstellen, dass das auch ungefährlich ist. Ich mein ja nur... Wenn du noch einen Weg ins Penthouse kennst, her damit. Außerdem war das mit dem Tank deine Idee. In der Theorie sah das irgendwie machbarer aus. Ach, scheiße. Tyson ist wieder im Plan. Gib mir das C4. Hier. Ist da auch ein Sandwich drin, oder was soll das sein? Ich kann gerne Bombe draufschreiben, wenn du magst. Los, bring bis hinter uns. Bring das Seil zum Boot. Hey Mann, ich sollte oben beim Rechner sein. Willst du ever tauschen? Ne, ist schon okay. Viel Spaß. Lätter Versuch. Nimm das Pack aus rechts, wenn du einen Blick in die Lobby wirst. Wie viele Leute braucht man denn? Es gibt mehrere. Um am 4. Juli ein Büro zu bewahren. Sieht's aus. Hände hoch! Zu irre? Ich hab' ich nicht. Gemült. Gut. Jeden Abend und jeden Morgen traten die Officers das Ende. Schön, dass wenigstens einer von uns seinen Job macht. Das bin ich. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, den Quad kann ich doch knacken Der Aufzug ist auf Ganz schön viele Wachen für einen 4. Juli Weißt du aus, dass wir kommen? Vielleicht. Aber sicher nicht wie. Leute, ich bin auf der 19. Ach, Leute, feiern hier eine Party. Okay, dann fahren wir in die 20. Angriff von oben. Fein. Sag mal, was hast du als Kind früher am 4. Juli gemacht? Na ja, Hot Dogs gegessen, Feuerwerk und so. Und du? Tyson, wir sind auf 20. Willkommen bei Preferred Outcomes. Ich bin vor einem Eckbüro, das wohl renoviert wird. Wir sind unterwegs. Und dann geht's. Das war's für heute. Ich hätte um ein Haar mal Aktien gekauft. Nicht schlecht, Miami. Nicht schlecht. Das will mit Preferred Outcomes expandieren. Privat-Cops, das war von Anfang an sein Plan. Hey, okay, ich bleib hier. Das seh ich mir mal an. Der ist hier sicher noch irgendwo. Scheiße, hoffentlich ist dieses Glas wirklich kugel-sicher. Der ist alles. Ich seh ihn. Wir haben ihn! Komm weg da, Mann! Vorsicht! Los, weiter! Schala! Los, kommt los! Kommt, die Gartenate! Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Nicht schlecht, Miami. Nicht schlecht. 12.000 Jahre Zivilisation. Hier drüben! Los nicht! Los! Los, die Scheiße! Ja! Hier drüben! Okay, wir haben ihn! Achtung! Hier lang! Hier ist er! Hier drüben! 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 Wo ist er? Vorsicht! Hier drüben! 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 Was ist das? Versetzung nach Chicago. Hey, los, komm her. Hier, Mittagessen von Boomer. Mann, ich hab seit bestimmt acht Tagen keinen Bruch mehr gemacht. Hey, ist das auch das richtige Rohr? Aber klar. Ah, und ihr beide? Wir müssen rauf. Jetzt kommt der Spaß. Die Sicherheit von Dors Penthouse hängt an diesem Privataufzug. Laut Boomer lässt er sich nicht hacken. Gut, dass wir ihn nicht hacken. Okay, lasst es krachen, ihr Wasserratten. Der Wassertank wird sich in den Schaft entleeren. Zehn, vier. Also gut. Das auf dem Foto ist Dors Frau. Dors wollte Kang loswerden. Er hat bekommen, was er wollte. Setz die Maske auf. Bist du ganz sicher? Hey, wenn wir das Geld wollen, muss ich diesen Knopf drücken. Ja. In L.A. sollte ich dir vertrauen. Das hab ich gemacht. Das hast du jetzt davon. Sag ganz ruhig, Kai. Das klappt schon. Ich hab keine Ahnung, ob das klappt. Tja, da muss ich dir wohl jetzt vertrauen. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Alles okay? Ja, aber wir sollten Tyson reinlassen Los, irgendjemand ruft sicher die Polizei wegen der Explosion Nein, Dorst will hier bestimmt keine Cops haben Okay Schön, dass ihr beide noch am Leben seid Ich sag's mal so, für ein Expo hin Hat das Geschmack Das da? Das ist ein 24.000 Dollar Tischchen Kennst du diese Magazine für Reiche, die die wirklich Reichen gar nicht lesen? Hab ich alle abonniert Im Gegensatz zu euch, Neandertalern, weiß ich Luxus zu schätzen Sorg dafür, dass der Brecher seine Arbeit erledigt Okay Wo ist er denn? Oh, scheiße Gute Frage Okay, wir müssen uns umsehen Der Tresor muss hier irgendwo sein Okay, wir müssen uns umgehen, umgehen Okay So Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es war Krebs. Danach war Dorst nicht mehr derselbe. B.D. auf dem computer sind kontoumsätze geöffnet das macht fettkohle oder ist das hier diebstahl ich glaube das hat als kind so viele comics gelesen das sollte reichen ok brecher dann legt los du lässt ihn ganz allein was soll ich denn machen ihn anfeuern leute es gibt schlechte neuigkeiten lass mich raten besuch wie viele weißt du noch mal ein worst case scenario so viele ok da sind sie bereit machen bereite alles vor fallen sprengsätze alles wir müssen die kerne aufhalten wenn du minen hast dann setz sie ein da sind sie ja 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 Geh drüben! Wir haben ihn! Nein! Was ist das? Er ist da! Er hat mich! Ach! Verdammt! Keiner weniger! Oh! 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 Scheiße! Oh! Oh! Ich ihn! Ich hab ihn! Oh! Scheiße! Ah! Ja ist er! Oh! 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 Ich hab ihn! Hey! Jeder! Hey! Hier! Ah! Geh drüben! Okay! Uh! Einer der Dolmste! Was auch! Oh! 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 Wie lang braucht der Brecher noch? Vielleicht piepst er, wenn er fertig ist. Die haben den Strom abgestellt. Da sind doch welche. Wenn du ein Infrarot-Visier hast, setz es ein. Ach, übrigens, wo ist dein Waffenschlag? So, duft ihn! Stem, du hast ihn ausgedrückt. Gebet gleich, cui! Gebet gleich, Heidelberg! So eine Scheiße! Starbehebelz. Was ist das? Ja, da drüben! Hast du nicht mehr alle! Da drüben! Kommt schon! Steck, steck da! Oh Gott, ich weiß nicht! Der Brecher hat's geschafft! Na, komm schon! Ich werd verrückt, der Schiff ist auf. Dann wollen wir hier mal aufräumen. Zurück! Tyson! Oh Scheiße! Kai? Er lebt! Die Vesta hat ihn gerettet. Hey, bleib bei mir! Ich bin da! Er muss sofort hier raus! Komm, steh auf! Das Geld ist weg! Bring ihn zum Seil! Hier lang! Doris wusste, dass wir kommen! Du hast mich nicht erwischt! Ich schätze nicht! Was sind denn? Wie hart denn ich gebüßt? Es ist nicht vorbei! Glaub mir das! Weißt du was? Das glaub ich dir! Ehrlich? Ja, dann machen wir's doch ganz einfach! Ich bin auf Santa Rosa! Da ist nicht was! Ich weiß genau, wo das ist! Dann komm doch her! Ich war der Junge! Verdammt! Nick, wir müssen hier raus! Oma, fäng dich auf, okay? Oma, Kasten kommt runter! Festhalten, ich bin hinter dir! Wo sind sie? Fuck! Findet sie! Check den Balkon! Los jetzt! Da sind sie! Halt! Stimm das! Los los! Los, Kasten! Ich bin aus dem Scheißgebäude abgestürzt. Ich bin aus dem Scheißgebäude. Ich bin aus dem Scheißgebäude. Nick, hier! Die Molotov-Cocktee kommt! Die Tick zum Molotov-Cocktee! Los, die, los! Nick, wo steckst du? Wir sind unterwegs! Boomer, hatte ich das geschafft? Behalte euch lieber! Scheiße! Halt ihn ab! Da drüben! Ah! Haltet ihn auf! Los! Wir haben hier das Boot! 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 Nein! Los, los! Los, los, los! Ty! 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 Hey! Komm, lass die Arme auf! Wird da durchkommen! Keine Ahnung! Der sieht übel aus! Oh, Scheiße! Ich fahre! Du hilfst, Kai! Wir müssen zu draus! Woher weißt du, wo der ist? Er hat's mir gesagt! Ich fahre! Ich fahre! Es ist eine große Herausforderung!